Mein Name ist Annika Schmid, ich bin 19 Jahre alt und mache bei der Kaisbauer Geländefahrzeug AG eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Die Ausbildung bei Kaisbauer läuft so ab, dass man im Betrieb ist an vier Tagen und ein bis zwei Tage in der Woche in der Schule und im Betrieb durchleift man dann Abteilungen wie Marketing, Einkauf und Vertrieb und erledigt dort die Aufgaben. Die Aufgaben sind unterschiedlich je nach Abteilung. Im Einkauf ist man für die Beschaffung der Ware zuständig, aber man plant und organisiert auch viel. In meinem Beruf gefällt mir vor allem der Kontakt mit anderen Menschen, also Kollegen, Lieferanten oder auch Kunden und die Abwechslung der Tätigkeiten. Für den Beruf habe ich mich entschieden, weil ich auf dem kaufmännischen Berufskolleg war und mir dort Fächer wie BWL gut gefallen haben und ich das in der Praxis umsetzen wollte. Bis zum nächsten Mal.